Wo ist mein Bier? Oh, sorry. Hallo meine Damen und Herren, herzlich willkommen zurück hier auf diesem Kanal. Mein Name ist Kalle, das ist Jonny. Hi. Und du sitzt sehr weit weg. Ja, Mann, das ist aber... Ich meine, die sind... Ja, also ich bin sowieso immer der Größte in den Aufnahmen, also rein optisch. Jonny ist wieder dabei und zwar habe ich mir was überlegt bzw. wir hatten jetzt zusammen drüber nachgedacht. Der Champ für alle Fälle. Der Champ für alle Fälle und zwar im Jungle. Ich habe ja letztes Mal mit Don Arz Graves gespielt. Lief jetzt nicht so gut. Du kannst versuchen mit der Ult rauszugehen. Mit rauszudaschen, ja. Oh, könnt ihr den Kill? Oh. Nach der Topside, Kälter nach Topside. Okay. Oh, 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 oh. War not bad. Ja. Bruder muss los. Oh. Oh. Das hört sich nach Dosenbier an, aber es ist einfach kein... Ich kriege ja kein Bier von dir. Ja, man muss sich auch mal selbst drum kümmern. Wir haben Jungle bekommen, selbstverständlich, und wir gehen für Why. Why? Why steht für... Violence. Wir müssen jetzt mal tatsächlich ein Gegner bannen. Ja, wir bannen Hekarim. Hekarim ist der personifizierte Aids der Club. Aha. Es gibt... Ich bin so kurz davor, ein ganzes Video darüber zu machen, warum, 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 warum ist der Champion so asozial? Ah. Aftershock. Es muss schocken in deinem After. Ah, Ass. Ähm, Schildschlag. Ganz rechts. Oh, shit. Das war schon mal gar nicht... Das sieht aber aus wie ein Schild. Ja, dann, dann, dann wieder ganz rechts und dann nochmal ganz rechts. Mhm. Hier möchte ich einmal ganz kurz sagen... Okay, nur weil man's jetzt nicht sieht. Ich mach mal kurz Kamera aus. So sieht's aus. So, und das ist ein tricky Moment, weil unflinching, nehmt zu wenig Menschen, nehmt die Masterpiece fucking strong. Äh, Precision. Das ganz links. Ja. Oben rechts. Unten links. Attack Speed. Mittleres. Ganz links. Und Mitte. Ach so, der, der Mitte. Mit Mitte. Naja, okay. Mitte. Oh, guck mal, da kommt so ein Ding an der Seite runter hier, ist ja Wahnsinn. Das hab ich gar nicht gemerkt. Das ist mir noch nie aufgefallen, ne? Oh yeah, that's it, baby. Ja, Prost. Findest du eigentlich gut, dass du jetzt hier Red Bull in meinem Video trinkst? Ja. Warum ist Vi ein Champion, den man fast immer spielen kann? Vi ist extrem gut darin, das zu matchen, was der enemy Jungler macht. Mhm. Wenn du einen sehr gank-aktiven Jungler hast, wie zum Beispiel Nisyn, kannst du mit Vi sehr gut für Counter-Gangs ganken, du kannst selber sehr viel ganken. Wenn du einen farmentensiven Jungler hast, wie hier mit Master Yi, dann kannst du halt auch sehr aktiv junglen. Also Vi kann quasi alles, außer einen Discord-Overlay ausmachen, aber das wär wichtig. Das geht gleich weg. Gut. Ich nehm die Machete? Ja. Machete, Machete, Machete. Wir haben ja letztes Mal den 1,25 Invade gesehen, ich würde ihn jetzt einfach mal sein lassen. Ja, besser ist es. Weil, war nicht so erfolgreich. Ja, dann muss ich sagen, ich hab darüber ja mal ein Video gemacht, das war deutlich, da lief's gut. Ja, du musst auch besser sein als wie ich. Als wie? Ich. Du wirst nämlich gleich feststellen, dass die Krabbe noch gar nicht spawnt, wenn du fertig bist mit dem Bluber. Ah! Smiten! 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 Cue... Okay. Und rein ins Vergnügen! Smiten! Okay. Golems als nächstes und dann jungle wir uns runter. Guck mal, er lacht mich sogar aus. Ja, berechtigt. Äh, ich mein, was ein Arschloch! Dann bist du auf meiner Seite, Anna! Ja, natürlich! Die Leute sollen noch ein bisschen was lernen! Cue... Ich kann aber nicht mehr helfen. Und jetzt Autodeck, ah, die reihen sich ja dann alle so auf. Weißt du? Ich weiß jetzt nicht was sein Problem ist. Nein. Der Masai, siehste den? Geh dir den Red Buff holen. Nee, egal, lass ihn, lass ihn. Neeeeee! Du gehst zu seinem Red. Goh jetzt zu seinem Red! Oh ne, das wird schlecht. Oh, sehr gut. Den hat er schon. Ja das ist sehr gut. Äh, raptorn, raptorn vielleicht noch? Oh, botlane, botlane, botlane. Sieht gut aus, sieht gut aus, sieht gut aus! Gut aus! Ja, ja! Langer Fight, langer fight! Wir wollen einen langen Fight, langen Fight. Und dann machst du gleich Q und dann... Was ist das denn? Da war die B-Taste Bruder! Okay, das ist gut. Rüberflaschen, rüberflaschen. Ah! Ne, ne, nach rechts, nach rechts. Ja! Oh! Okay, 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 okay. E? E? Oh, sehr gut. Oh, ich hab einen Kill! Oh Gott, den Namen. Das war eine Schwere. Nee, Blue, 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 Blue. I'm blue, I'm die, I'm die, I'm die, I'm die, I'm die, I'm die, I'm die. Krabbe! Konzentrier dich! Ja, aber die chatten mit mir. Krabbe! Ultimates gehen! Ne, 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 bleib mit dem Busch, bleib mit dem Busch. Ja, 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 gar nicht, aber okay. Ja, eh, eh. Nochmal eh! Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und jetzt lauf, lauf, der Tibbers ist böse! Ist dein Topside Jungle ab? Nein. Wölfe. Sehr gut, sehr gut. Aber die Rapshorn sind da. Ne, 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 ne. Äh, äh, Kloof Armor. Kloof Armor. Okay, das dauert wirklich lange im Shop bei dir, ne? Das geht voll schnell. Okay, Borderline hat einen Kill gemacht. Du drückst jetzt Tab und sagst mir, was siehst du in deiner Glaskugel der Kids? Topside macht Topside Spaß für dich? Nee, macht's gar nicht. Willst du dann Topside sein? Nee, willst du gar nicht. Das heißt, wir cleanen jetzt den Topside-Jungle und dann rätst du den Bot und dann bleibst du da. Ja, sehr gut. Und jetzt orientierst du dich nach oben, zu den, zur Lane, zur Lane, zur Lane, zur Lane, zur Lane, zur Lane. Ist doch der Lane! Du willst ja, du willst den Farmen! Oh, Mann. Guck mal, keine Minion. Schaffst du es zwar nicht zu kriegen? So gut von dir! Kalle! Nee, reicht mir auch. Krabbe, 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 Krabbe. Krabbe, Autotech, Reset. Und einfach mal diven. Einfach mal, einfach mal klasse. Ult, Ult. Ah, okay. Lieber mit der Ult initiieren, aber auch das geht. Autotech, E, E, E. Sehr gut, sehr gut. Das will ich sehen. Und in so einer Szene, was quasi deine Kombospät ist, E, E, Autotech, Reset. Sehr gut. Und jetzt weg. Topside ist deaktiviert. Das gehört jetzt Jax. Das ist quasi, du bist nicht mal Untermieter. Die hat die Wohnung vor sechs Jahren mal gehört, aber du darfst da trotzdem nicht mehr rein. Vielleicht hast du sogar noch einen Schlüssel, aber no one cares. Das ist einfach sein Haus. Grump, auf geht's. Auf geht's. Du schaffst das. Also ich glaub ja wirklich nicht. Du bist hier einen guten Verlauf. Du bist sehr geduldig. Du bist ein geduldiger Mensch. Du bist sehr geduldig. Sehr geduldig. Und wenn gleich die Wave kommt, ne, dann will ich von dir ein schön aufgeladenes Q in die Fresse von der Morgana sehen. Nee, doch. Geh wieder rein. Geh wieder rein. Alles gut. Ja, die wussten's halt. Vielleicht wissen sie. Ja, du hast es echt nicht gesehen, oder? Vielleicht, vielleicht wussten sie. Also, wir gehen wieder mit lane. Mit lane war bis jetzt am besten für uns, was Kills angeht. Denk haben, du hast jetzt auch deinen Chinning-Smile. Das heißt, du willst weniger Monster smiten und mehr kleine Ennies. Ui. Und jetzt den Q auf La und so leicht um die Ecke der Annie in die Fresse. Ja. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Boom. Oh shit. Okay. Ähm, ja. Es funktioniert. Es funktioniert. Also, der merkt klar. Ist doch ganz klar. Ne, ja, ja, ja. Geht zu Annie. Das ist gut, das ist gut, das ist gut. Ui. Und jetzt musst du gucken, ob das geht oder nicht. Auf dem Master E. Auf dem Master E. Schön, der Smite. Und der E. Nochmal der E. Und jetzt der Q, der Q. Oh, sehr gut. Oh, das war gar nicht ich. Ist ja völlig egal. Achtung, die Caitlin sollte noch Ultimate haben. Da den Q aufladen. Und rein ins Vergnügen. Bäm, Alter. Bäm. Spürst du's? Ja. Wann streichst du mich denn so an? Ja, das ist, du musst dieses Gefühl überwachen. Emotions, Alter. Du musst dieses, dieses Bäm. Boom. Bam. Schlitz. Achtung, Achtung, Achtung. Da ist doch niemand. Da ist jemand in deiner Fresse. Den hab ich gar nicht gesehen. Hättest du mal ruhig was sagen können. Ja, tut mir leid. Also, das hatte ich auch gar nicht im Blick. Also, das nächste Mal werde ich irgendwie sowas sagen wie Achtung oder so. Pokémon hab ich ja zum Beispiel alles gesehen. Das hab ich dir schon mal erzählt. Hast du mir schon mal erzählt. Ja. Wenigstens etwas in deinem Leben, was du geschafft hast. Okay. Ja, hauen einfach mal. Oh, schön. Oh, wie hast du denn da geschafft zu stoppen? Oh. Äh, ja. Okay, jetzt die Zielchain. Oh, mein goodness. Oh, no. Oh, no. No way. Ja, schade. Äh, ein bisschen CC-Chain, ein bisschen, ein bisschen viel gestackt, wenn du das so ein bisschen nacheinander timest. Die können wir töten. Die können wir töten. Die können wir töten. Die können wir töten. Are you sure? Ja, 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 ja. Ich weiß es nicht. Ult, 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 ult. Ja, und jetzt den Q gleich direkt hinterher. Und jetzt die Auto-Attack-Resets. Zack, noch ein. Chilling-Smite. Sehr gut. Eh. Und jetzt noch mal ein Q, ein Q. Ja. Oh, mein goodness. Geil. Game gewonnen. Oh, no. Die Gegner haben Nash gemacht. Boom. Oh, shit. Das hat gar nicht geklappt. Oh, das hat auch gar nicht geklappt. Nee. Oh, das klappt alles gar nicht. Oh, ganz schwer. Das war, das sind so Dinge im Leben, die dürfen so gar nicht gezeigt werden, glaube ich, weil das einfach nicht schön ist. Nee. Rausschneiden. So, ja, ich weiß nicht, ob du hier noch was rauskriegen kannst aus dem Game. Dann muss man mal gucken. Vielleicht, vielleicht ja. Nee. Ja. Und jetzt E-Auto-Attack. E-Auto-Attack. Sehr gut. Das war, das war wichtig, ne? Ja. Und ich hab schon wieder. Oh, 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 oh. Oh, jetzt, jetzt kannst du den, jetzt könnt ihr den Jax vielleicht stellen. Nee, könnt ihr nicht. Oh, nee. Also. Nee, du. Ah, okay. Ah, und, ah, und. Oh, mach doch dein E. Zack. Oh, sehr schön. So. Ja, dort steht jetzt gerade alles Baits. Ja, dann machst du die Ultimate. Darüber kann man streiten. Und dann haust du einfach ab und, und stirbst halt ein bisschen später, Jax. Ich sterb gar nicht. Und dann einfach der Annie in die Fresse. Bäm. Nee, gar nicht. Oh, sorry. Ja, also. Ich mein, also. Das ist ein traues Spiel wie am Tresenhekt. Und dann die Zeit der dicken Spesen. Abonniert meinen Kanal und den von Jonny, bitte. Ich will nicht mehr abonniert werden. Ich will mir die Augen rauskratzen. Ah, das. Das. Bis zum nächsten Mal.